Heute gibt es eine Sherry-Bombe. Da bin ich felsenfest von überzeugt, denn wir haben hier ein Einzelfass von Highland Park. Erst befülltes Sherry-Bad aus europäischer Eiche, dazu dunkel wie die Nacht und über 65 Volumenprozente. Es wird hart, es wird intensiv, es wird schmutzig und dreckig. Also überlegt euch, ob ihr dranbleiben wollt. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky-Turn-Table. Ich habe die Flasche und meinen Vergleichskandidaten eben schon probiert. Ganze Video gedreht, wollte ich gerade Schluss machen, ist mein Mikrofon nicht angewiesen. Ja, was soll man machen? Ihr wisst, ich kann euch nichts vorspielen, habe ich schon in manchen anderen Videos gesagt. Obwohl das Intro, das habe ich gerade, was heißt, vorgespielt. Ich wusste ja, was ich vorhin gesagt hatte. Und so in etwa habe ich es wiedergegeben. Jetzt weiß ich auch, dass es eine Sherry-Bombe ist. Das kurz vorweg. Aber wir beginnen jetzt mal ganz kurz mit den Fakten. Ich hole die Flasche raus. Ich habe sie ja nicht aufgetrunken. So, eine exklusive Abfüllung gab es in den Niederlanden beim großen Händler zum 10-jährigen Jubiläum Drankdutzen. Oder wie man es auch immer ausspricht. Ich nehme meine Karte. Und kann euch sagen, 2008, 2021, 66,5 Volumenprozent. Also das ist schon Krieg. Als sie vor ein paar Wochen oder ich weiß gar nicht, wie lang es schon her ist, zwei, drei Monate, das Jubiläum gefeiert haben, kostete die Flasche 122,95. Zur Zeit kostet sie 157,95. Zu meiner, ist jetzt wieder links oder rechts von euch, wie auch immer. Auf der anderen Seite habe ich die Tara-Abfüllung vom Tara-Whiskey-Shop aus München. Hatte ich letztes Jahr im Sommer 2021. War damals in meinem Vergleich der dunklere, vollere, Sherry-lastige Malt. Ein Zwölfjähriger aus dem europäischen Eichen-Hoxet, also Sherry-Hoxet. Also auch schon eine Wuchtbrumme. Ich blende euch mal die Farbe ein. Da verblasst er, obwohl er eine tolle Farbe hat. Und hier habe ich Cola. Kostete damals 120 Euro. Also preismäßig sind sie auf dem selben Niveau. Vom Alter und den Daten her finde ich auch. Ob das teuer, günstig, was auch immer ist, entscheidet ihr das heute. So, ich hatte ihn ja schon. Nehme ihn jetzt aber nochmal. Ich hatte heute eh kein zweites Video vor. Und ja, wollte da gerade so genüsslich hier noch meine Trams ausschlecken. Und dann, ja, merkte ich das auf einmal beim Runterfahren. Oder hatte ich schon ein paar Sachen hier ausgemacht, ein paar Lampen. Und ja, dann wollte ich das Mikro ausmachen. Das läuft über Batterie. Tja, Pustekuchen. Also das Ding ist in der Hinsicht ein Brett, weil ich habe eine volle Sherry-Frucht. Ich kann jetzt natürlich auf mein Video von eben zurückgreifen. Eine volle Sherry-Frucht direkt in der Nase. Ist für mich so eine Mischung zwischen einer Kirsche, mal wieder bei mir, und roten Beeren, roten Trauben. Da in die Richtung. Mit so einem ganz leichten Säureanteil. Dann spielt auch sofort die europäische Eiche auf. Tabak-Assoziation. Dunkle Schokolade. Eiche. Holz. Eine starke Süße hat dieser Malt. Ich denke jetzt aber nicht an PX, wenn ich ehrlich bin. Also so komplett. Vielleicht irgendwie so eine Beimischung. Oder nee, ich weiß es nicht. Also 100% PX nicht. Aber er hat irgendwie was von... Die Süße ist extrem. Also rein Oloroso oder so standardmäßig Oloroso ist das nicht. So leichte Kräuteransätze kommen durch. Mag es die Highland Park Heide sein? Ich kann es euch nicht so ganz sagen. Aber die, die erscheinen immer wieder. Das Foto der Farbe war unverdünnt. Hier beide habe ich verdünnt. Und er hat nämlich auch 65,3. Achso, ein ganz klein wenig weniger. Und ich wollte auf 60, leicht unter 60, 59 kommen. Das ist mir sonst einfach zu viel. Ich hatte ihn unverdünnt auch gerochen. Und er ist dann arg verschlossen. Man hat natürlich den Alkohol präsent in der Nase. Nicht übertrieben. Also ich möchte nicht sagen, dass er dann super sprittig ist. Aber es sind einfach 65%, 66% Alkohol oder was da drin. Das ist einfach ganz schön, ganz schön viel. Und die Aromen waren sehr zurückhaltend. Und hier macht er richtig auf. Also ich habe hier schon einen richtig geöffneten Malt vor mir. Und vielleicht macht sich so auch die Heidenote so ein bisschen den Weg frei, je mehr Wasser man dran tut. Rauch nehme ich übrigens überhaupt nicht wahr. Und ich hatte ihn eben schon. Ich hatte jetzt nochmal ein bisschen aufgefüllt. Nicht ganz so viel. Ich möchte jetzt gar nicht so viel naschen wie eben. Aber habe dann wohl nicht so viel Wasser dran getan. Oh mein Gott. Trockener werdend. Im Prinzip relativ ähnlich wie in der Nase. Ist ja nicht bei jedem Malt so. Aber auch hier guter Ansatz von der Frucht. Das Holz ist ziemlich schnell dabei. Es wird trocken. Ich hatte schon welche, wo sich der Mund noch mehr zusammengezogen hat. Aber das hier ist schon ein bisschen mehr als nur leicht. Irgendwie so medium trocken. Und jetzt merke ich es nicht mehr ganz so. Er ist so belagsbildend. Jetzt muss ich mich schon wieder räuspern. Hatte ich eben auch. Als ob der Belag hat und man will ihn irgendwie so, ja, damit, als ob der Körper ihn damit lösen will. Ein bisschen frischer Tabak ist da drin. Wie gesagt, viel, viel Holz. Minimal nussig. Ihn weiß ich noch, hatte ich nussig in Erinnerung damals. Oder habe ich noch nussig in Erinnerung. Gutes. Also. Sherrybombe. Darunter müssen wir ihn bewerten. Und das macht er ganz gut. Highland Park hat natürlich keine Chance. Sag ich so hart. Also Rauchigkeit brauche ich nicht suchen. Die Kräuter kann ich mir einbilden, ob da so ein bisschen Heide mit dabei ist. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber hier dominiert das fast. Und zwar ausnahmslos in meinen Augen zu 95%. Rechte Vanille-Anklänge kommen dann mal durch. Er ist im Abgang. Baut er relativ schnell ab. Man hat so einen Grundbelag. So eine Grundholzigkeit, die man dann so mit sich trägt. Aber generell ist er schnell wieder von seinem Aufbrausen runtergefahren. So. Gespült hatten wir eben schon. Jetzt nehme ich ihn hier. Von Tara. Und so wie eben. Ich habe eine hellere Note. Nicht nur, weil die Farbe heller ist. Es ist einfach so. Orange. Dann kommt so eine Vanillenote. So eine leichte habe ich jetzt gerade. Die hatte ich vorhin nicht so. So eine Orange, die mit einer Orange-Vanille dann zu so einer nussigen Holznote wird. Und dann baut sich auch hier das Holz aus. Und auch hier ist das Holz intensiv und stark. Aber nicht so. Man kann fast schon sagen, so übertrieben wie hier. Sondern es hält sich noch so ganz leicht zurück. Ich meine, in meinem Video sage ich damals, der ist hart an der Schmerzgrenze, dass es eigentlich nur noch Fass ist. Und er gibt dem HP so ein bisschen Raum. Und dann kommen da, finde ich, auch wirklich besser definierbare Heidenoten rüber. Rauch. Jetzt ist es zu spät. Ich hatte vorhin zu viel. Könnte ich mir hier noch ganz leicht einbilden. Könnte aber auch. Das ist dann dieses Zusammenspiel zwischen der Eiche und dann diesen 5 ppm oder was die haben. Oder lasst es 10 sein. Ich weiß es schon gar nicht mehr. 15. Auf jeden Fall dieses Minimale. 15 ist schon zu viel. Längst nicht so süß. Deshalb auch eher diese Orangen-Assoziation. Und dann eher weit, also von mir aus auch Trauben und dergleichen. Aber immer mit so einem Tick mehr Säure. Ich bereue nicht, das jetzt nochmal zu machen. Ich sagte es im Video eben auch. Ich möchte es jetzt gar nicht verheimlichen. Oh, mein Kabel. Er ist für mich, für meine Geschmacksvorlieben etwas besser geeignet. Er ist etwas harmonischer. Gibt dem Heilenpack ein bisschen Raum. Also für mich ist praktisch das Maß der Dinge, das hier so als Kompromiss aus Sherrybombe und noch minimal ein bisschen vom Brennereicharakter. Und es geht jetzt nicht nur, dass ich sage, da muss noch was von Brennereicharakter sein. Er hat dadurch auch so ein paar mehr Aromen. Also wie gesagt, ich meine jetzt deutlich, die Kräuterheide zu spüren. Und der Abgang ist länger. Er baut das Ganze nicht so dermaßen übertrieben auf. Und dadurch ist vielleicht nach hinten raus so ein bisschen mehr, oder hat da ein bisschen mehr Luft, sozusagen ein bisschen mehr Kraft noch für die Eiche. Ist harmonischer. Toll, also jetzt habe ich ihn beim zweiten Mal. Da ärgere ich mich ja fast schon, dass ich davon jetzt nichts mehr haben werde. So, hier habe ich nochmal ein bisschen Wasser dran getan. Ich hatte ihn im Video vorhin nochmal weiter runter verdünnt. Ich hatte ihn noch ein zweites Glas, dass ich so an die 50 bis maximal 55 komme. Und dann wurde der super süffig. Also, wie soll man, ich habe das so ein bisschen, da passte für mich dieser, ja, so wie Horst Lünning das früher in seinen Videos gerne gemacht hat. Nimmen Sie den Glamphaglis 105, die Fassstärke. Er kostet etwas mehr, aber Sie können ihn runter verdünnen und haben dann eben den Preis mehr als Wett gemacht. Und so ist es bei ihm auch. Er wird dann super süffig und hat noch eine immense Kraft gehabt. Unglaublich. Also, wenn es nicht immer für jeden gleich Fassstärke sein muss, dann ist das wirklich eine Sparflasche. Nein, schätzt beiseite. Hatte ich vorher nicht. Leichte Assoziation von so einem ganz kleinen bisschen Kleber. Wenn man genau darauf achtet. Aber es kommt jetzt mehr Vanille und auch hier jetzt so ein bisschen, bisschen mehr Kräuter. Diese dunkle Schokolade, die Tabaknoten gehen ein bisschen mehr zur Seite. Diese Schokolade ist immer noch deutlich da, die dann in Holz übergeht. Nicht so, habe ich es eben überhaupt bei ihm gesagt, er hat so eine schöne nussige Note. Die vermisse ich hier so ein bisschen, die kann man nur erahnen. Ich tippe mal, 55 Prozent habe ich jetzt hier. 57. Lakritz. Auf einmal hat man so Süßholz. Also ein toller Mold zum Verdünnen. Muss jeder selber wissen. Wie gesagt, mit 56 ist bei mir irgendwo der Drops gelutscht. Also ich sehe das dann auch fast so. Verdünne ich es mit Wasser, habe ich anderthalb Schlucke, die viel intensiver und aromstärker sind, als wenn ich einen unverdünnen nehme. Meine Milchmädchenrechnung. Es scheint auch so, er hat jetzt auch nicht mehr so diese ganz große Eichenspitze. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie dafür nach hinten hin länger ist, aber die Eiche ist auch etwas abgemildert. Wobei ich so eine ganz leichte Pfeffernote jetzt gerade hatte. Also so ein bisschen Pfeffer davor. Es ist einfach wahnsinnig spannend, wie sich das verändert. Und wie gesagt, das ist natürlich das Coole. Bei 66 Prozent habe ich wahnsinnig Masse. Also grob gesagt, ich kann ja runter bis 46, könnte man es ja mal aus Spaß machen. Wie gesagt, wenn ihr Sherrybomben mögt, in meinen Augen ist diese gelungen, weil sie nicht so eindimensional ist wie viele, viele andere, die uns da zur Zeit verfolgen. Es ist ja möglichst dunkel und dann irgendwie kommt keine Eiche gescheit durch. Irgendwie eine Frucht kommt auch nicht durch. Das Ganze liegt tot im Glas und Brennereicharakter hat man auch nicht. Also das funktioniert hier besser. Auch wenn, wie gesagt, der Brennereicharakter ganz weit hinten ist. Aber es ist eine tolle Erfahrung. Ja, er war ja nur zum Vergleichen da, aber muss ich sagen, hat jetzt in meiner Gunst noch mal ein bisschen dazu gewonnen. Also das ist einer. Ich habe ja einige von diesen Highland Park Einzelfässern gehabt. Ich müsste mal da so ein internes Ranking aufstellen. Da käme er jetzt, glaube ich, noch mal zwei Plätze weiter nach vorne. Okay, ich denke, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.